herzlich willkommen zu einer weiteren folge dark souls 3 ich habe mir doch ein bisschen mehr zeit gelassen zwischen letzter folge und dieser folge als geplant wie dem auch sei es geht jetzt weiter wir haben letztens hier ein lagerfeuer gefunden hier war ein item wir haben eine idee naja aber also ein skelett er hat einen dämon wie sie das haben wir alle gesehen das war wow episch und was gibt es hier augenbinde des alten weißen hexenring machte da versteckt pyromanie enorm versteckt pyromanie versteckt pyromanie oh steckt sich das ok es gibt auch ringe die magische fähigkeiten noch enormer verstärken ok cool nein cool augenbinde nein hier augenbinde des alten weisen was steht dazu gegenstands info insbesondere von den alten weisen unter den pyromanien des großen lumpfers getragene gewänder die große augenbinde sperren unnötiges licht außen des pyromanien das wesentliche erkennen die flamme offenbart und versteckt alles ok kirche des feuer verschluckt kirche des feuers oder was ich sehe aus wie eine menschliche facke man müsste nur den kopf anzünden dann renne ich hier rum mit einem brennenden kopf wie hier äh hellweiter oder wieder heiß ok die kleidung die brauchen wir ja jetzt nicht mehr deswegen würde ich sagen äh ziehen wir uns wieder um ich ziehe mal die finsterrüstung an wieso auch nicht ich weiß nicht irgendwie hat es was aber ich sehe saualt aus so richtig alt das ist doch ein boss raum oder das ist doch ein boss raum definitiv was ist das rechts läuft da was läuft da was ich habe keine ahnung was ist das das ist eine maschine gibt es hier diese diese die wehmer kampfmaschinen aus kai oder was diese steile sieht aber auch irgendwie cool aus wie hier da wo mein kopf zeigt auch ohja gab es denn feuer oder so Ok Was ist das? Da geht es weiter, da ist so eine Treppe Was, 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 was Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht die... Ne, jetzt mal im Ernst. Da schießt irgendwas. Da schießt irgendwas. Da... Oh lol. Oh mein Gott. Was zum Teufel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr das auch gesehen? Ich glaub das war eine voll fette riesige Armbrust. Oder Ballista sogar. Heilige Maria. Heilige. Oha. Warte mal, ich wechsle vielleicht ein Schild. Äh. Ach du Heilige. Ah, ich nehm den leichteren. Ach du Heilige. Warte mal. Ich geh mal wieder hoch. Zu den Skeletten. Nein. Äh. Das war Sprint. Genau. Aha, die stehen ja wieder auf. Außer ich lächle mich hier so vorbei. Geht das? So lala. Ja gut, die müssen mich ja nicht sehen scheinbar. Okay. Ach ja. Ey. Aha, der hat ein Läufchen da oben. Ich sollte schnell weiter gehen. Äh. Der ist auf mich aggressiv geworden. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Hä? Hä? Ah, das ist der Typ. Okay, die Brücke ist gepiebeln. Ach, ich hab mich ja... Was ist das? Ähm doch, okay. Ich hab mich ja noch nicht hier zurück teleportiert, ne? Ja, ich hab das Ding ja nur aktiviert. Mich hab noch nicht reingesetzt, oder? Ach ja. Bin ich da unten gewesen gerade? Ich glaub nicht, okay. Äh. Okay, dann gehen wir mal wieder runter. Huiiii. Yeah. Ach mein, ich drück Shift immer. So. Dann sprinte ich mal durch. Hallo. Hallo. So. Und setz mich mal hin. Jetzt dürfte es... Äh. Genau. Jetzt müsste die Brücke wieder oben sein, oder? Oder... Äh. Hä? Wie sind wir noch unten? Okay. Oh. Jetzt haben wir hier was verändert. Okay. Nope. Gut, okay. Falls ihr euch wundert, warum ich hier hin und her gucke, äh, ich hab, ich hab einen leichten kleinen Tipp erhalten, dass es irgendwo einen NPC geben soll, okay, hoha, hoha, ja, ich hab, das wird dauern. Indiana Jones und der gejagte gotta skeletten, der da so um die Ecke kamen. Okay, weiter geht's dahin zur Mega-Balista. Ah ja, ich hab vergessen, einen Timer zu stellen. Aha, ich bin ja lustig. Ein Moment. Ich bin ja lustig. Mann, Mann, Mann. So, äh, wo? Wo war das nochmal? Hallo? Äh, Mann, 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 hier. Ah. Jetzt muss ich gucken, wie lange ich schon aufnehme. Vermutlich 10 Minuten schon. Ah, Entschuldigung. So, äh, ein Moment. Ich nehme schon wie lange auf? Ach ja. Äh, Vollbild, Fensterbild, äh, Fenstermodus, bitte, danke schön. Ja, wie lange nehme ich schon auf? 13 Minuten, naja, fast, okay. Äh, 13 Minuten, gut, sollte ich gerne sagen. Läuft die Aufnahme? Läuft soweit ganz gut? Vollbild. Jawohl. Okay. Ich hab das Ding nicht gesehen. Ist mein Ernst? Ich hab das, ich hab... Ich hab... Loll, das ist sogar ne... Alter, das ist sogar ne... Dreierpalüster, was zur Hölle? Ach, du Heilige. Wofür steht die denn hier? Oh, mein Ernst? Was? Was? Eins. Drei. Drei. Was liegt da? Äh, renne, 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 renne. Renn, renne, renne. Äh, 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 äh. Okay, ich habe irgendeine Seele, glaube ich, gefunden. Äh, hinter den... Äh, ein... Oh, hat die geschossen? Die hat nicht geschossen. Äh, eins... Oh mein Gott, was zum Teufel. Oh mein Gott. Jetzt verstehe ich, wofür die Balliste da ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist denn wo? Okay, ich mach die Balliste plötzlich doofisch. Da ist das ein Boss. Da nimmt irgendein Erdbeer. Oh, lol. Ein... Nein. Nein. Was war das, 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 was war das? Eigentlich hätte ich die Brustleter Dich haben. Das war das. Wie ist der P? oh Krabben! Da ist noch was. Habe ich mich da schon? Ne, warte. Ne. Habe ich dich von da? Nein, krass. Wie funktioniert das denn überhaupt? Okay, äh... Ich hätte vielleicht bis drei Krabben kommen. Vielleicht... ...Level abmachen müssen, oder? Da ist doch schlau. Was ist hier? Was ist hier? Aber was ist hier? Ich habe noch nie gehört, dass es hier so eine Dreierpalüste geben soll. Oder was zur Höhe? Ja, auch jetzt. Hm. Ein Stein. Kann ich irgendwie eine Krabbe anmachen, oder so? Was ist hier? Die Krabbe glüht, die... Ja, die Glut. Alles war... Wo komm ich denn überhaupt hin? Okay, so ein bisschen... Da... Ah! Und da... ...da Ding ist weg, okay. Alter, ne? Da... Und da... Da Ding ist weg, okay. Jetzt mal im Ernst. Wer kommt da drauf? Wo komm ich? Ich glaub, ich komm von da. Was hast du für mich? Wo sind die denn nicht? Ja, bedanken. In der Riebe... Die Dette. Ja, da... Ents med Fett in der Riebe... hundreds fünf bis In der Riebe... Ich komme hier oben. Nein, 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 nein. Oh da sind zwei. Das sind zwei. Dankeschön. Yes. So. Glück gehabt, dass hier nichts kam. Ah, hier bin ich jetzt. Unter der Brücke. Lol, da waren halt einfach zwei davon. Cool. So, und was war hier? Okay. Okay. Und Spalt. Okay. Äh, und. Ja, irgendwo Zwischengang. Oder so. 3-D-Loot-Dinger. Kommt ja auch noch so ein riesiger Wurm. Oder nicht. Hier. Oh. Ja, der ist ungünstig gelangt. Ja. Welches Käferkügelchen. Dankeschön. Große Titanitscher sind angeschön. Warte. Da ist der Typ, der Typ, der Typ, der Typ, der Typ, der Typ von vorhin. Da an der Klippe stand. Ich dachte, der jetzt auf mich runterspringt, weil ich da unten bin. Warte mal. Warte mal, da ist die Typ. Da stand er doch. Da, da höchste Zweig, ob man eine Rüstung zeigt. Irgendwo da stand er doch, oder? Ja, wie, ich bin doch unter der Klippe hier. Ja, und jetzt? Ach, war es das hier? Okay. Aha. Die Mega Ballister. Die Tri-Lister. Nehmen wir die mal Tri-Lister. Okay. Die Tri-Lister. Blöd, dass die nicht auf die Kappen schießt. Kann ich, dass die Doppel zwingend auf die Kappen schießt? Junge. Was kann ich machen, was kann ich machen? Kann ich machen, was kann ich machen? Weg, 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 weg. Irgendwas. Ist da schon eine Bombe. Warum habe ich die Bombe aktiviert? Was war das? Warum zum Teufel hatte ich die Bombe aktiviert? Hä? Teufel, jetzt habe ich eine Krabbe fertig gemacht, ey. Warum habe ich eine Bombe aktiviert gehabt, ey. Habe ich das vergessen, zurückzustellen oder so? Ah, wie ist das Ding? Habe ich das vergessen, zurückzustellen oder so? Ah, wie ist das Ding? Nein. Nein. Ein. Nein, nein, da schütze. Was ist das? Ja. Okay, wenn ich mich nicht halte. So. So, so, so. Wenn ich jetzt wieder frei bin, das? Okay. So. Okay, die Karpi sind dir nicht einfach egal. Okay, denn ja. Für mich bin ich halt der, der gefährlich ist dran. Okay, die kann, oh, die kann springen. Okay. Wow. Okay. Okay. Wow. Wow, wow, wow. Oh, der hat was getroffen Ah, cool Dankeschön Nein Reicht nicht Wando Ah ja, ich hab die Dings halt ja noch mit Fähigkeiten Nein, nur das Hier So Nehmen 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 Nein Reaktiviere Äh Shift war das Ah Ne, jetzt weiß ich es wieder Shift war das Äh Ich nehme mir mal ein Level ab Ab denn es ist ein Krabbel weg Ne Anrufer Danke mir, sind du die Frames, aber nein danke Äh, nein danke Treff mal Wo kommt das Ding hier hin Wenn ich hier stehe Okay, hier ist scheinbar ein toter Wink Hier sind auch drei Krabben Äh Hm Hm Hier ist ja die Bisschen Eine Krabbel Die fünf Krabben oder was Die fünf Oh ? ? ? ? ? ningar ? ? ? ? ? ? 製 ? ? ? ? ? Ess llegaram haben zu verkommenwashi ? Oh, nein. Oh, das geht. Was ist denn cool? Nice. Gut, also, komm, du da, du da, du da, du da, jawoll, 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 hallo, komm, ich will wieder zu werden. Ich hab doch eine Rolle gemacht, Mann, oh, Mann, ich bin doch tot. Ach, hm, es fehlt mir noch drei Krabben. Goddamit. Mäh, mein Nioh. Mäh, die spielen da wie. Da ist ein Nebelwand. Da, an der Treppe ist ein Nebelwand, ich hab dich jetzt lassen. Nein. 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 Die, die, meine Wurzeln und doch, keine Ahnung. Ach, Schock war das. Was ist denn cool für die Teil? Habe ich vorher nicht bemerkt? Da nach hinten muss ich kommen. Drei. Drei. Ach komm, wisst ihr was? Jolo. Äh. 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 Hier ist unser. Kann ich noch? Nein. Kann ich denn geben? Ja. Äh. 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 Ja. Jolo. Was ist das? Punkt, Punkt, du! Ich wusste gar nicht, dass die auch 100 hatten. Alles klappt. Das macht doch eine Rolle, Juno, ey! Ich stelle mich die ganzen Blut an, gerade. Ja. Ja. Ich bin nicht gerade hier. Ich bin dran. Ah! Ja. Hm. Ich kann einfach nur durchreden. Ja. 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 Ah, dann muss ich das mal angesehen. Ja. Äh. Oder ich werde. Kommt ja nicht mal. Nein. Nix. Ich dachte, das schaffe ich noch. Okay. Hm. 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 Willkommen von Karikos. Wir reisen nach... ... ... ... ... ... ... ... ... Hallo. Willkommen. Ich bin wieder da. Wo seid ihr denn alle? Ah. Ja. Ähm. Ja. Der Depri ist weg. Hallo. Willkommen zurück, Ashenwan. Ja. Ja. Äh. Aufsteigen, bitte. Sehr gut. Ja. Dann touch the darkness within me. Okay. Ja, 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 ja. So. Was wollte ich aufleveln? Eine Liste sagt mir, Stärke ist auf 18. Check. Geschicklichkeit ist auf 19. Check. Intelligence. 18 in Klammern. Glaube 14. Hm. 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 Nein, ähm, ja, nehme ich Intelligenz, als wäre nämlich Glaube. Ich nehme mal vielleicht Glaube, oder? Ja, 15 Glaube ist ganz gut, glaube ich. Ah, ha, 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 ha. Wortwitz nicht, äh, intended, okay. Bestätigen, yes. Habe noch 7000. Ja, dankeschön. Ich gehe mal auf ein kleines Shopping-Tor. Also Asher, dann kauf ich den. Okay, was hat Crera? Oh, hallo, du bist wieder zurück und in einem Ort. Also, guter Kauf, meine ich. Also, nicht als Wiedersehen. So, nice. Goodbye. Ja, goodbye. Du sagst das, Kaira. So. Ich fürchte, die Folge würde bis dahin. Ich möchte wenigstens noch dort die Krabben umgehen. Um nicht zu viel Zeit zu... Also, ich sag's mal so. Ich glaub, die Krabben kann ich nehmen, okay? Okay. Aber wenn ich jetzt aus Prinzip her jeden einzelnen Gegner mindestens... Obwohl die Truppen sachen. Verdammt, ich wollte grad sagen. Wenn ich jeden einzelnen Gegner besiege, klein oder groß, kann es das Display etwas in die Länge ziehen. Aber die letzten zwei Krabben haben ja zumindest die Danitsch... Falsche. Haben zumindest die Danitsch-Scherben getroppt. Äh... Was... Lassen die anderen drei Krabben nehmen als... Auch nur Titanitsch-Scherben oder... Vielleicht Ringe, so wie... Die Krabbe im Dumpf. Wenn die Ringe getroppt hat. Das ist, was ich meine. Weißt du was? Wenn ich schon mal hier bin... Äh... Nein. Ja, genau. Ich benutze mal eine Glut. Es ist ja eh offline, also alles gut. Das glaub ich. Ich sag's mal so. Sollte... ...einer der Krabben da irgendwas aus der Titanitsch-Scherben... äh... Oh-oh. Oh-oh. Yo! Au! Ach komm schon! Mann! Goddammit! So. Äh... Na-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-a-la. Oh... Mann! Ich hab doch ne Rolle gemacht! Juh! Äh... Lalalalalala Ja, ich sehe hier ist gar ein Kumpel Ähhhhhh Wird das nervig Wird das nervig Ja, da sind ja die Dremels Hm Ach komm Yay Oh, hier gibt es nichts Ach komm Gibt ja nichts Ah, hier ist sogar eine Mauer Ach, Wölz, da steht dort Hö, wo bin ich denn jetzt? Gott Hilfe Der hat die Mauer kaputt gemacht Dankeschön Oh Gott Hier ist es Was ist denn? Was ist denn? Wenn, Digga Wenn Es gibt hier nichts von unseren Grafen Die eventuell irgendwas haben Was mich eventuell frustriert Wenn das geht Ich werde aber nicht heiß Ah, jetzt verrückt die mich nach gut Komm her du Komm her Ich mach dich Grabenfilet Oder wie das heißt Ach, soll ich echt was bringen? Oh Gott Ah Nix Ach, guter Treffer Guter Treffer Ok Ok, da war nix Ok Äh Wie es mit dem Megawurm weitergeht glaube ich Sehen wir erst wieder in der nächsten Folge Bis dahin Hol ich noch schnell Die Seelen zurück Und dann Ciao, ciao würde ich sagen Der Nebel ist weg Nein, der Nebel ist doch da Ok Der Nebel ist weg Ähm Ähm Wessen Mauer Wessen Mauer Das auch immer dort Geht es da weiter? Äh Wessen Mauer ist auch immer dort war Äh Oder wessen Haus dort steht An Digga Die Balliste hat Äh Freigemann Grundstück Also, falls jemand ein Verrasse hat Dort ist Äh Eine gute Wohnfläche Rolle Rolle Junge, Rolle So Äh Ja und jetzt Nein Hm Zwei Drei 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 Tocken Nee Zwei Drei Tocken Nee Wann das vier Schütze geladet Gut Äh Jetzt bin ich hier Jetzt würde ich sagen Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Nein. Ah. Boom, boom, kaboom. Ja, ja, wasser. Komma.